Willkommen zurück zu Overwatch Ranglistenspiele, Angriffe. Oh, da waren wir doch eben auch schon gut. Oh, da hat schon einer Zaya genommen. Was nehme ich denn jetzt? Dann nehme ich mal den Soldier mal wieder. Schon länger nicht gespielt. Ich sehe meine Haare überhaupt aus, ey. Ich habe nur Dusche und nicht gemacht. Richtig freudig. Heute sind wir alle Soldaten. Wer leckt? Wer leckt? Verdammt! Also sieht es auch witzig aus. Was das Schwein für komische Geräusche von sich gibt. Oh, ein Schwein. Das ist ja, als wenn er, äh, weiß ich nicht. Also wenn das die Treppe hochgeht, müsste das eigentlich zusammenklappen. Das wäre cool, wenn das so eine Fähigkeit hätte, zum Sprinten, aber danach erstmal umkippt oder so. Weil es so fett ist. So fett und widerlich. Ein fettes, widerliches Schwein. Achso, ich wollte ja außen rum gehen. Ich bleibe immer an deiner Seite, mein Freund. Na, scheiße. Da gehe ich doch woanders lang. Ich weiß nicht, ob ich die Maus so gut eingestellt habe für den Soldier. Die haben auf jeden Fall einen Bastion und eine Widowmaker. Komm, ich habe, wir stellen mir mal so ein Heilding auf. Guck mal, man kann ja von hier auf das Schild schießen. Wie geil ist das denn? Boah! Ja! Wieso hat er jetzt schon die Ulti bereit? Mit ihm los. Tot. Easy. Schwein auch tot. Oh, da kommt ein Reinhardt. Ja. Ich habe die Totenbombe bereit. Nice. Ja, weil der Beat wann war. Der Beat war an. Doppelkill. Oh, dreifach Kill. Easy. Warum geht das so langsam? Ich brenne. Brenne ich schon? Dann auch. Kennst du doch Kurt Krömer? Brenne ich schon? Ja! What the fuck? Wo steht denn jetzt schon den Geschütz? Geschütz kaputt. Ach, da oben. Der McGree. Lol. Dieser Wichser. Der hat sein Ulti auch bereit. Also oben habe ich mit dem ja jetzt nicht gerechnet. Der McGree ist hinter uns. Oben. Alter Schwede. Das ist immer das Geilte. Ich versuche hier mal hoch zu gehen. Hast du das gehört? Was? Den Schrei? Okay, das wird etwas langweiliger in der Aufnahme. Unten ist das Schwein, ja. Schweintot. Der Dings ist auch tot. Oh, geschmolzer Kern. Oh. Kann, äh, Geschütz kaputt. Ja. So. Ich versuche mal, seinen Schild zu suchen. So, weil er her. Gravitonbombe ist bereit, okay. Die wartet jetzt bestimmt, dass das Schild kaputt ist oder so. Ja, nice. Na, lol. Ja, sehr, sehr. Oh, oh. Ich muss weg. Ja, genau. Der stand genau hinter mir. Wohl. Der war halt echt. Der hat halt die Ablenkung gut genutzt. Guck mal, BAM. Haha. Nice. Oh, ich tatsch grad so. Oh, geil. Ich hab's schon gehört, aber... Irgendwo ist hier doch der, der Junkrat hinter uns. Oh Gott, Schweine ist hinter mir. Ich hau lieber ab. Oh, lol. Ja, hier hinten noch. Trifft er mich oder was? Nice. Mann! Komm doch hier umdeck, Geschwein! So. Easy. Junge, 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 Junge. 19 Illuminium. Ich hab dreimal Gold bis jetzt. Moin, Reinhardt. Alles klar? Da oben ist der Fahrrad. Easy, tot. Schwein, tot. Ich glaub, der... Ding steht immer noch da oben. Der McCree. Ich hör ihn auf jeden Fall irgendwo. Oh, lol. Ich rauf. Oh Gott, da kommt der Reifen. Oh Gott, da kommt der. Da kommt der. Da kommt der. Da kommt der. Oh Gott, da hatte ich kein Dings mehr. Oh! Oh fuck, oh fuck. Ach! Lul, da kommt er wieder. Hahaha. Nein, das war jetzt schlecht gerade. Oh nein, ich... Ich hab meine Ulti bereit. Seid ihr jetzt alle tot? Oh geil. Mann, wie lange hält er denn diese... Dings... Abwehr da. Diese Projektilabwehr von der. So. Jetzt aber ein Ziel hier. Jo. Was ist der mit diesen... Mit diesen Dings hier, Lucio? Wo ist der? Mein Gott. Ja, doch mal. Boah. Hach. So. Die dürfen jetzt nur nicht durchkommen. Ich versuch's wieder mit Symmetra. Oder ich geh auf Torbjörn. Ich versuch's wieder. Okay. Ähm, 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 ähm. Hm. Dö, dö, dö. Das ist so asoziell hier oben mit dem Geschütz, ne? Ja, ja, das ist aber fast die beste Position, finde ich. Ja. Regeneriert sich das dann hier auch von alleine, oder nur wenn es damit geht? Nur wenn ich repariere. Weißt du, er sagt, er suckt Dix mit, äh, Reinhardt, hat aber den schwarzen Ritterskin, der Penner. 4, 3, 2, 1, Angreifer nähert sich. Einfach mal ballern. Gucken wir, gleich schrefe ich ja was. Ja, 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 ja. Ja, das ist der McQueen. Der Schwein. Hier kommt irgendwer rechts rum, glaube ich. Ja. Ja, der Seamer Creek kommt äh, äh, außen rum. 5, 76, bereit zum Einsatz. Meine Ultima-Tierer-Fähigkeit sind bereit. No, ich wache über euch. Dankeschön. Ich bin bei dir. Ich hab quasi keinen Live- Ah, sehr gut. Sehr gut, Mercy. Da ist das Schwein! Das Schwein! Das Schwein! Das Schwein! Es wird mich drücken! Es wird mich drücken! Ei, ei, ei. Es wird mir schon wieder viel zu nervend aufreiben für mein kleines Herzchen hier. Ja! Was hat mich denn da jetzt weggeschmissen? Ich soll mal schön alle auf den Punkt kommen. Dann kann mein Geschütz die schönen wegballern. Okay. Wen hat die denn jetzt gerätzt? Keine Ahnung. Ich hab gar keinen. Ich wollte einfach nur mal die Ulti zünden. Vielleicht war es ein ganz schlechtes Versehen. Wir haben eine Mercy und McCree hier außen. Mal wieder. Jetzt reicht's mir. Jetzt baller ich euch weg. Oh, ich baller euch doch nicht weg. Lol. Schwein tot. Mercy ist übrigens auch tot. Boah, fuck. Das ist mein Geschütz überhaupt noch erlebt da oben. Ich bin tot. Boah, wie lang bin ich denn tot? War ewig vor. Wird der das nicht halten? Ja, ja. Ohne dich ist es sogar noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Oh, oh. Der steht oben auf dem Dach. Tot. Also, der McGree. Hast du den gerade weggeballert da hinten hin? Geil. Oh, ich hab grad die Mercy richtig geil erwischt. Oh, die hab ich auch richtig geil erwischt. Easy. Ach, ja. Nein, also das ist jetzt, also beim gewährten Spielen wirklich richtig asozial. Ach, Quatsch. Da merkt man einfach, dass du ein richtig asozialer LOL-Spieler bist. Ja, ist so. Ja, ist so. Boom, 44 Nominierung, du Nappel. In diesem Sinne, ciao mit V.